So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part und dem letzten von Royale Stars MT2. Schade, dass wir aufhören müssen. Fabi wurde nämlich auch ein bisschen gehackt. Ja, wir kloppen mich gerade, während ich schon was runterfalle, hauen mich alle um. Also, nein, ich hasse es fein. Traktate und so fein. Das ist ein bisschen Eko. So, ich hab's jetzt leider auch gleich schon geschafft. Fabi erstellt uns gerade einen neuen PS-Server. Ich muss ja leider noch ein bisschen tiefer im Ton reden, weil meine Laune gerade ein bisschen im Arsch ist. So, jetzt fang ich an. Dann war Roni plus 9 runtergeklatscht, Siri plus 9 runtergeklatscht. So, Mondi oder BSP zuerst. BSP plus 9 oder Mondi. Okay? So, es geht's mal miteinander. So, ich muss jetzt das Krass-Beet-Cl το- perilösen. So, nun muss man sich auf die autumn et aufhören, wenn man uns richtig überhtupe. Fl queen und wo augen wir euch nie? Junge. Ja, ich hab noch gesagt, ich geb nochmal. Ja, ich hab gesagt, 500 Kaka kriegt noch einer. Der, ähm, ja, ich hab bald gesagt. Ja, jetzt werd ich von Danis Freund gefragt, wieso ich Account auf Lösung mach. Ja, Jungs, seid doch echt dumm. Der ist doch echt bescheuert. Ja, ich hab eh nur noch 500 Kaka waren und Stylus hat den WSP bekommen. So, jetzt geb ich mein Ack noch. Ja, ich geb ihn einfach mal. Ich werd jetzt hier mal kurz pausieren. Ähm, Moment, ich werd kurz das Video pausieren. Und, ähm, ja, ich hab ihm jetzt einfach den Account gegeben. Und, ähm, ja, ich hab ihm jetzt einfach den Account gegeben. weil ich ihn hier nicht mehr brauche, weil ich ihn hier nicht mehr brauche und man bekommt da nichts mehr dafür. Ja, ich hab mir also gedacht, ja, könnt ihr doch einfach mal den Account noch verschenken und ich brauch den hier nicht mehr. Okay. Gut, das war's dann meinerseits und mit Royale Stars mit ihm zwei wahrscheinlich für lange Zeit. Ähm, ich bedanke mich bei, zum, beim Zusehen unserer, unserer letzten Videos. Ähm, und wünsche euch noch eine schöne Zeit in Royale Stars mit ihm zwei. Falls ihr noch was zu sagen, falls Fabi noch was zu sagen hat. Ja, es hat immer so seine Zeit. Gut, das war's dann von uns und mit Royale Stars bis zum nächsten Part von was auch immer. Also, das war's. Haut rein. Tschüss.